jo leute was geht zu einem weiteren video von mir und ja heute habe ich mal ein kleines video für euch nämlich könnt ihr mir unter dieses video eure fragen stellen einfach unten in die kommentare reinschreiben mal gucken wie viele kommentare wir so schaffen und ihr könnt mich ruhig alles fragen was wir denn machen sollen oder auch ihr könnt mir auch sachen vorschlagen was ich denn hochladen soll auf youtube falls euch irgendwie glitches oder wallbreaches am besten gefallen müsst ihr mir das unbedingt schreiben dann werde ich das nämlich in der nächsten zeit verstärkt bringen und ja das war es eigentlich auch schon das ist ein ganz schön kurzes video gewesen also schreibt mir mal so viele kommentare unter das video wie nur geht und fragen aber auch wirklich ernste fragen ich beantworte das dann im nächsten video mit einem kumpel den ihr fall vielleicht schon kennt also erst auch schon seit zwei jahren jetzt dabei und auch ab und zu mal in meinen youtube videos und wird auf jeden fall ganz witzig mal gucken ob wir 100 kommentare schaffen was meint ihr schaffen 100 kommentare wir lassen uns überraschen also bis dann